Fish and Chips Twice Please Britisches Modedesign meets Vienna. Mehr als eine Ausstellung. Fish and Chips Twice Please Außergewöhnliche Modekreationen, Visuals und Fotografie ab 11. Juni im Freiraumquartier 21 International im Museumsquartier Wien täglich von 10 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt. Fish and Chips Twice Please Infos unter Quartier21AT Fish and Chips Twice